In diesem Video zeige ich dir sechs effektive und simple Strategien, wie du besser mit schwierigen Menschen umgehen kannst, sodass du von nun an weniger gestresst und mit weniger Wut durch den Alltag gehst. Unser Umfeld spielt eine große Rolle für unseren Erfolg und unser Glück im Leben. Umso wichtiger ist es, gerade mit negativen oder schwierigen Menschen gut umgehen zu können, um nicht auch in eine Negativspirale gezogen zu werden. Falls du jemals mit dem Auto durch den Straßenverkehr gefahren bist, weißt du, wovon ich spreche, wenn ich sage, dass es Situationen gibt, die uns einfach sauer machen und dass Menschen nicht immer rücksichtsvoll sind. Genauso gibt es Kunden, Kollegen oder Vorgesetzte, die sich nicht immer so verhalten, wie wir uns das wünschen. Oder Mitarbeiter machen irgendwelche Fehler, weil sie nicht auf Anweisungen gehört haben, die wir zehnmal wiederholt haben. Meistens reizen uns diese Dinge emotional. Das heißt, wir werden wütend, enttäuscht oder sind einfach nur genervt. Wir könnten jetzt auch noch diese Menschen dafür verurteilen, dass sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten und uns maßlos darüber aufregen. Doch das macht es nur noch schlimmer. Wir geraten in eine Abwärtsspirale von negativen Emotionen, die uns den ganzen Tag versauen. Diese Negativität ist Gift für unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit und letztlich auch für unsere Produktivität und unseren Erfolg, weil wir unterbewusst immer noch die ganze Zeit mit dieser Situation beschäftigt sind. Außerdem wird es auch unsere Beziehungen negativ beeinflussen, wenn wir nicht lernen, mit solchen Situationen besser umzugehen. Denn diese negativen Emotionen schwingen jetzt den ganzen Tag lang in unseren Konversationen mit, oft als passive Aggressivität, als unangemessener Sarkasmus oder im schlimmsten Fall sogar Wutausbrüche. Was uns klar werden muss, ist, dass wir das Verhalten von anderen nicht kontrollieren können. Wir können nur die Verantwortung dafür übernehmen, dass wir angemessen reagieren und nicht aus der Haut fahren. Aber wie machen wir das, wenn dann diese negativen Emotionen hochkommen? Wenn du öfters mit Rücksichtslosigkeit, mit schwierigen Menschen oder Dingen konfrontiert wirst, die dich aufregen, dann sind hier sechs effektive Strategien für dich, die erfolgreiche Menschen nutzen, um besser damit umzugehen. Nummer eins ist, mach dir erst einmal klar, dass Rücksichtslosigkeit, Unverschämtheit und Fehler nichts Neues sind. All das hat es schon immer gegeben und wird es auch in Zukunft immer geben. Und leider geht es auch sehr schnell, dass Leute eine Gewohnheit in diesen Verhaltensweisen aufbauen. Schon seit Jahrhunderten gibt es diese Verhaltensweisen und Menschen regen sich auch seit Jahrhunderten darüber auf. Doch wozu? Das Aufregen nützt niemanden. Es schadet nur uns selbst. Genauso ist die einzige Person, der wir schaden, wenn wir jemanden nicht vergeben, auch wir selbst. Das Aufregen führt nur zu noch mehr Negativität und wenn wir das Beste für unser eigenes Wohl tun möchten, dann sind wir gut damit beraten, uns nicht dieser Negativität hinzugeben. Ansonsten werden wir Einbußen in unsere Produktivität, in unseren Beziehungen und in unserem Wohlbefinden und unsere Gesundheit in Kauf nehmen müssen. Dauerhaft negative Emotionen erhöhen zum Beispiel vielen wissenschaftlichen Studien zufolge enorm das Risiko für verschiedenste Krankheiten. Und du kannst dir vorstellen, in wie viele anderen Bereiche sich die Effekte deiner negativen Grundstimmung ebenfalls auswirken. Das bedeutet konkret, hör auf, innerlich gegen schwierige Menschen anzukämpfen, sondern akzeptiere erst einmal, dass es sie gibt. Von dem Punkt an kannst du dann lernen, mit ihnen umzugehen und am besten aus der Situation rauszukommen. Aber wann immer du innerlich gegen etwas kämpfst, das einfach Teil der Realität ist, dann wirst du dir selbst nur noch zusätzlichen Schaden zufügen. Was natürlich nicht bedeutet, dass du dein Verhalten nicht der Situation entsprechend anpassen sollst. Es geht lediglich um deine innere Einstellung dazu. Regel Nummer 2 im Umgang mit negativen Menschen ist, nimm nichts persönlich. Das ist eine Regel, die ich selbst praktiziere und sie ist auch ein Teil des berühmten Bestseller-Buchs Die 4 Versprechen von Don Miguel Ruiz. Jeder hat schlechte Tage, jeder hat irgendwelche Herausforderungen, die ihn gerade belasten und jeder hat Momente, in denen er sich nicht bewusst ist, was er tut. Wir müssen verstehen, dass nichts, was uns passiert, ein persönlicher Angriff auf uns ist. Wir können nie wissen, was in einer Person wirklich vorgeht. Vielleicht kennst du ja die Geschichte, in der ein kleiner Junge in der Bahn großen Lärm gemacht hat, der Vater regungslos daneben saß und sich darüber ein Mitfahrer in der Bahn so aufregte, dass er ihn anmaulte, dass er doch endlich mal seinen Sohn im Zaum halten sollte. Was er aber nicht wusste und was der Vater mit ruhiger Stimme antwortete war, dass sie gerade aus dem Krankenhaus kommen, da seine Mutter verstorben ist und er selbst noch nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Das ist ein recht dramatisches Beispiel, aber egal wie groß oder klein jemand die Dinge bewertet, die im Kopf des anderen vorgehen, irgendwas wird dafür gesorgt haben, dass er oder sie sich so verhalten hat. Dir bewusst zu machen, dass jeder sein Päckchen zu tragen hat, egal ob groß oder klein, wird dir helfen, die Perspektive zu gewinnen und zu verstehen, dass wirklich nichts ein persönlicher Angriff auf dich ist. Selbst Äußerungen oder Handlungen, die wirklich wie persönliche Angriffe aussehen, sind in Wahrheit nur ein Weg für die andere Person, sich nicht den eigenen Problemen im Inneren zu stellen. Denn alles, worüber wir uns bei anderen Leuten aufregen, ist in der Regel irgendwo auch ein Teil von uns. Das Ganze nennt sich Projektion. Wir projizieren unsere Probleme also auf andere. Letztendlich versucht jeder einfach nur im Leben, möglichst gut zurechtzukommen und Negativität ist häufig nur ein Ausdruck von Überforderung und ungelösten Problemen. Das ist natürlich keine Entschuldigung, dass sich jeder so verhält, wie er möchte, ohne Rücksicht auf Verluste. Es bedeutet lediglich, bekämpfe Negativität nicht mit noch mehr Negativität, sondern nimm es nicht persönlich, bewahre die Perspektive und antworte mit Verständnis und Empathie. Strategie Nummer 3 für den Umgang mit schwierigen Menschen ist, reagiere immer mit Freundlichkeit. Reagiere auf rücksichtslose Personen oder Situationen nie mit noch mehr Negativität. Einer der besten Wege, um mit Negativität, Rücksichtslosigkeit oder anderen schädlichen Verhaltensweisen in deinem Umfeld umzugehen, ist in jeder Situation freundlich und positiv zu bleiben. Auch wenn es sich für dich erstmal nicht richtig anfühlt, zwing dich anfangs dazu und du wirst merken, dass sich dein Unterbewusstsein nach und nach daran gewöhnt und es dir sogar Spaß machen wird, das Gegenteil zu tun, was man eigentlich erwarten würde. Damit entwaffnest du die andere Person sofort, denn im Grunde ist meistens das Ziel von solch negativen Verhaltensweisen nämlich genau das. Dich in ihre Negativspirale mit reinzuziehen und dich sozusagen auch zum Botschafter der Negativität zu machen. Sie machen das vielleicht nicht bewusst, aber unser Verstand möchte immer beweisen, dass er recht hat. Freundliches Verhalten hingegen führt dazu, dass die andere Person sich beruhigt und tendenziell ihr Verhalten an deines angleicht, sodass sie in kürzester Zeit wieder auf einer neutralen emotionalen Ebene seid. Freundlichkeit ist wirklich das Gegengift für Negativität, Rücksichtslosigkeit und Wut. Natürlich ist es nicht leicht, immer freundlich gegenüber Leuten zu sein, die uns beleidigen, uns angreifen, uns in unserem Stolz verletzen oder sich in einer anderen Form unangemessen verhalten haben. Aber indem wir als gutes Beispiel vorangehen, wird die Person sehr schnell anfangen, unser Verhalten zu spiegeln und auch wieder rational und freundlich zu handeln. Das bedeutet natürlich nicht, dass du alles mit dir machen lassen sollst, aber man kann auch für sich und seine Grenzen einstehen, ohne ausfallend oder negativ zu werden. Wenn du freundlich und respektvoll zu deinen Werten und Grenzen stehst, werden andere Menschen sie sogar viel eher akzeptieren. Das Beste daran ist, dass du am Ende weißt, dass du die Verantwortung über die Situation übernommen hast. Du bist keinen Kompromiss in deinen Werten eingegangen und du warst der Grund dafür, dass nicht nur du, sondern vielleicht auch die andere Person trotz der Situation einen besseren Tag hat. Strategie Nummer 4 lautet, siehe es mit einem Lächeln. Schwierige Personen wissen oft, wie sie Anspannung und Angst bei den Personen in ihrem Umfeld auslösen und genau das ist vielleicht ihr einziges Ziel mit ihrem Verhalten. Mach dir hier wieder bewusst, dass die Person nur so handelt, weil sie wahrscheinlich gerade irgendetwas durchmacht, das sie selbst emotional belastet. Humor kann in solchen Situationen helfen, um die Anspannung zu durchbrechen. Lachen ist und bleibt das beste Heilmittel, auch bei Negativität, Wut oder Rücksichtslosigkeit. Auch Tony Robbins nutzt auf Seminaren seinen Humor, um Probleme bei Menschen zu lösen, wo man sich denken würde, wie kann der darüber Witze machen. Doch gerade weil Humor in der Situation eigentlich so unangemessen ist, führt das oft dazu, dass die Person mit dem Trauma oder dem Problem anfängt zu lachen und sich die Anspannung löst. Genauso kannst du versuchen, in solchen Situationen etwas Humorvolles zu finden, um diese Negativität zu durchbrechen und die Person und vielleicht noch andere zum Lachen zu bringen. So hat Negativität keine Chance mehr, in dein System zu kommen und es wird sich auch in kürzester Zeit wieder extreme Leichtigkeit in deinem Körper breitmachen. Oder wenn dich jemand persönlich angreift, kannst du dem anderen mit Humor zustimmen, denn die andere Person wird damit rechnen, dass du dich verteidigst und auch das wird dazu führen, dass du ihr Verhaltensmuster durchbrichst. Bring in irgendeiner Form Leichtigkeit in die Situation hinein und die Situation bekommt dadurch fast sowas wie einen kompletten Neustart. Wie schon erwähnt, ist das Level an Negativität auch ein Spiegel der inneren Welt. Mich erfüllt es mittlerweile oft mit Dankbarkeit und Freude, wenn mir jemand mit Negativität begegnet, weil es mir einfach vor Augen führt, wie weit ich auf meine Reise der Persönlichkeitsentwicklung gekommen bin, dass ich nicht mehr mit diesen Gefühlen und Verhaltensweisen kämpfen muss. Strategie Nummer 5 im Umgang mit negativen Menschen ist, sprich das Verhalten direkt an. Diese Strategie gilt es vor allem im beruflichen Bereich anzuwenden, mit Kunden oder Mitarbeitern, wenn jemand ganz bewusst Grenzen überschritten hat und rücksichtslos war oder sich nicht angemessen Verhalten hat. In so einer Situation ist es manchmal angebracht, sie direkt auf ihr Verhalten aufmerksam zu machen und ihnen in entscheidendem Ton zu sagen, dass sie gerade gewisse Grenzen überschritten haben oder dass sie sich nicht noch einmal so verhalten sollen. Vor allem, wenn sich jemand häufiger in einer schädlichen Art und Weise verhält, musst du es direkt ansprechen und die Grenzen nochmal neu definieren. Denn Leute werden dich immer so behandeln, wie du dich behandeln lässt und du solltest es niemals erlauben, dass sich irgendwer dir gegenüber respektlos verhält. Viele machen den Fehler, kleine Grenzüberschreitungen nicht anzusprechen, um einen Konflikt zu vermeiden. Fakt ist aber, der Konflikt ist an dieser Stelle schon entstanden und du verschiebst ihn nur nach hinten. Es ist viel einfacher, den Konflikt gleich an dieser Stelle zu lösen, anstatt damit ewig zu warten, bis sich vieles aufgestaut hat und die Situation dann nicht mehr so einfach lösbar ist. Sei dir also bewusst, dass du Konflikte nicht vermeiden kannst. Du kannst dir immer nur aussuchen, an welcher Stelle du sie löst. Direkt, wo noch keine großen Probleme entstanden sind und sich alles in einem 5-minütigen Gespräch lösen lässt. Oder später, wenn sich der Konflikt so aufgebläht hat, dass er sich aufdrängt, weil er schon die Beziehung oder das Unternehmen massiv sabotiert. Hab eine offene und ehrliche Konversation mit der Person, ohne sie persönlich anzugreifen. Sage ihr, was dich daran stört und ob sie sich bewusst ist, was sie mit ihren Handlungen bei dir oder im Unternehmen auslöst. Vielleicht hat sie vorher gar nicht realisiert, dass ihr Verhalten so gravierend ist und dadurch, dass du sie darauf aufmerksam machst, hat sie jetzt die Chance, sich zu entschuldigen und sich dazu verpflichten, sich in Zukunft angemessener zu verhalten. Und die sechste Strategie, wenn wirklich gar nichts hilft, vermeide den Umgang mit dieser Person. Wenn du alles versucht hast und merkst, dass du mit der Person nicht auf einen neiner kommst, dann ist es vielleicht an der Zeit, getrennte Wege zu gehen. Sei es, dass du den Raum verlässt, den Ort vermeidest, wo du auf die Situation triffst, die Beziehung oder die Freundschaft beendest oder dich von Mitarbeitern trennen musst, die egal was du versuchst, nicht mit dir und deinen Vorstellungen in Einklang kommen. Wenn du die Person auf ihr Verhalten angesprochen hast und dabei Freundlichkeit und Verständnis ausgestrahlt hast, dann ist diese Person an ihrem jetzigen Standpunkt und mit ihren eigenen Problemen vielleicht einfach nicht in der Lage, sich anders zu verhalten. Dann ist es für dich und meistens auch für die andere Person das Richtige, wenn ihr euch aus dem Weg geht. Dadurch, dass wir die Person vermeiden, nehmen wir nämlich auch die Möglichkeit, ihr Gewohnheitsmuster weiter in der Art und Weise auszuüben. Und vielleicht fängt sie dadurch an, mehr zu reflektieren, sich den Problemen zu stellen oder bessere Wege zu finden, um ihre negativen Emotionen loszulassen, anstatt sie auf andere zu übertragen. Oft ist das genau der Weckruf, den die andere Person braucht. Und selbst wenn nicht, dann hast du damit zumindest eine Entscheidung getroffen, mit der es dir besser geht und vielleicht eben auch deinem Umfeld oder deinen Mitarbeitern. Wenn du selbstständig bist oder Unternehmer und du deine Denkweise auf die nächste Ebene bringen möchtest, um dir so ein Unternehmen und ein Leben nach deinen eigenen Vorstellungen aufzubauen, dann bewirb dich jetzt für eine kostenlose Strategiesession mit mir und meinem Experten-Team. In dieser Strategiesession werden wir gemeinsam einen Schritt-für-Schritt-Plan entwickeln, wie du dir dein persönliches Traumleben erschaffst, ohne auf dem Weg ständig zu scheitern oder dich dabei überfordert zu fühlen. Klick dazu auf den Link in der Endcard oder in der Videobeschreibung und bewirb dich für eine kostenlose Strategiesession. Wie geht es um verbesserte damit? Wie geht es um antioxidив весь Tag zwischen aqui und jetzt mehrôt.